Ab dem 1. Februar 2017 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Dachgeschosswohnung liegt in Altenstadt. Das im Jahr 1995 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 500 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.